Liebe Studierende, im letzten Video haben wir uns mit der Enteignungsentschädigung und der ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung beschäftigt. Beide Ansprüche setzen eine gesetzliche Regelung voraus. Ich hoffe, dass Ihnen mein Habilitant Dr. Jens Gerlach nicht zu viel zugemutet hat. Zugegeben, die Enteignungsentschädigung und die ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmung gehören im Staatshaftungsrecht zu den kompliziertesten Themen. Neben diesen gesetzlichen Ansprüchen gibt es übergesetzliche Entschädigungsansprüche. Diese Ansprüche werden wir uns in den nächsten beiden Videos ansehen. Die Ansprüche sind gewohnheitsrechtlich verfestigt, sie leiten sich aus dem allgemeinen Aufopferungsgedanken ab. Wir unterscheiden den allgemeinen Aufopferungsanspruch und die Ansprüche wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs bei rechtswidrigen Maßnahmen und eines enteignenden Eingriffs bei rechtmäßigen Maßnahmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liebe Studierende, die Aufopferungsansprüche haben eine lange Tradition. Sie gehen zurück auf die Paragraphen 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht. Lesen wir uns diese beiden Normen einmal durch. Aus Paragraphen 74 ergibt sich, dass Rechte des Einzelnen hinter dem Gemeinwohl zurückstehen mussten, wenn sich nicht beides miteinander vereinbaren ließ. Für eine solche Aufopferung musste der Bürger nach Paragraphen 75 vom Staat entschädigt werden. Dieser Aufopferungsgedanke aus den Paragraphen 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht wurde in richterlicher Rechtsfortbildung weiterentwickelt und ist sogar heute noch aktuell. Wenn wir jetzt mal verfassungsrechtlich denken, warum könnte ein Aufopferungsanspruch auch nach dem Grundgesetz geboten sein? Aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz folgt das Prinzip der Lastengleichheit. Dieses Prinzip kann verlangen, dass ein Bürger entschädigt wird, wenn der Staat ihm im Vergleich mit anderen Bürgern besonders schwere Lasten aufbürdet. Richterrechtlich herausgebildet haben sich drei Aufopferungsansprüche. Der allgemeine Aufopferungsanspruch für Beeinträchtigung immaterieller Rechtsgüter aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, der Entschädigungsanspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs für rechtswidrige Eigentumsbeschränkungen und der Entschädigungsanspruch wegen eines enteignenden Eingriffs für rechtmäßige Eigentumsbeschränkungen. Natürlich wäre es denkbar, einen Aufopferungsanspruch für die Beeinträchtigung noch anderer Rechte und Rechtsgüter zuzusprechen. Die Rechtsprechung vertritt aber den Standpunkt, dass der Gesetzgeber selbst solche Ansprüche normieren müsste, gerade auch wegen der potenziell ausufernden Folgen für den Staatshaushalt. Hier sind also die Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung erreicht. In vielen Bereichen hat der Gesetzgeber Ansprüche geschaffen, die auf dem Aufopferungsgedanken beruhen. Erinnern Sie sich zum Beispiel an einen Aufopferungsanspruch aus dem hamburgischen Polizeirecht? Nach § 10 Absatz 3 SOG sind Personen zu entschädigen, die polizeirechtlich in Anspruch genommen worden sind, obwohl sie für die abzuwehrende Gefahr nicht verantwortlich waren. Voraussetzung ist, dass es ihnen nicht zugemutet werden kann, den Nachteil selbst zu tragen. Solche besonderen gesetzlichen Ausformungen gehen den übergesetzlichen Ansprüchen vor. Wenn es für den zu entscheidenden Fall keinen gesetzlichen Aufopferungsanspruch gibt, kommen die übergesetzlichen Aufopferungsansprüche zum Tragen. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit dem allgemeinen Aufopferungsanspruch. Passen Sie gut auf, denn bei diesem Anspruch legen wir schon den Grundstein für die beiden anderen Ansprüche, die wir im nächsten Video behandeln. Zunächst leiten Sie den Anspruch kurz aus dem allgemeinen Aufopferungsgedanken in den § 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht her. Zusätzlich können Sie auf das Prinzip der Lastengleichheit aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verweisen. Danach prüfen Sie die einzelnen Voraussetzungen. Erforderlich ist zunächst, dass ein immaterielles Rechtsgut im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz betroffen ist. Gemeint sind das Recht auf Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Freiheit der Personen im Sinne der körperlichen Bewegungsfreiheit. Anknüpfungspunkt für die Haftung ist eine hoheitliche Maßnahme. Hier grenzen Sie vor allem zu privatrechtlichem Verhalten des Staates ab. Neben einem aktiven Tun kann auch ein Unterlassen den Anspruch begründen. Die Einzelheiten hierzu sind aber umstritten. Die Beeinträchtigung des Rechtsguts muss dem Hoheitsträger zurechenbar sein. Nach der Rechtsprechung muss die Beeinträchtigung dafür unmittelbar auf der hoheitlichen Maßnahme beruhen. Dazu hat sich als Maßstab die Formel entwickelt, dass sich eine besondere Gefahr verwirklichen muss, die bereits in der hoheitlichen Maßnahme selbst angelegt war, sodass sich die Beeinträchtigung aus der Eigenart dieser Maßnahme ergibt. Dazu ein Beispiel. Der Staat führt aufgrund der Corona-Pandemie einen Impfzwang ein. Bürger B erleidet aufgrund der Impfung einen gesundheitlichen Impfschaden. Unterstellen wir mal, dass es keinen spezialgesetzlich normierten Anspruch wie § 60 des Infektionsschutzgesetzes gibt. Die Betroffenheit der körperlichen Unversehrtheit in Form des Impfschadens ergibt sich aus der Eigenart der Impfung. Und dass sich B geimpft hat, liegt in derjenigen Gefahrenlage begründet, die mit dem Impfzwang einhergeht. Der Impfschaden ist dem Staat also zurechenbar. Auch mit indirekten Maßnahmen kann der Staat immaterielle Rechtsgüter unmittelbar betreffen. Wenn der Staat also zum Beispiel für die Impfung nur wirbt, gezielt darüber aufklärt, Anreize dazu setzt oder Nachteile in Aussicht stellt und der Bürger sich dann eigenverantwortlich impfen lässt und dabei einen Impfschaden erleidet, ist dieser Schaden dem Staat zurechenbar. Auch hier begründet der Staat eine Gefahr, die sich in der gesundheitlichen Beeinträchtigung verwirklicht. Dieser Zurechnungsmaßstab erscheint ziemlich weitgehend. Die Rechtsprechung bemüht sich daher teilweise darum, ihn einzugrenzen. Ausgeschlossen ist die Zurechnung jedenfalls dann, wenn sich nur das allgemeine Lebensrisiko oder höhere Gewalt verwirklichen. Bei rechtswidrigem Handeln greift die Rechtsprechung auch auf das Element des Schutzzweckzusammenhangs zurück. Das kennen Sie aus dem Privatrecht. Die Haftung wird zusätzlich dadurch begrenzt, dass wir verlangen, dass dem Einzelnen ein Sonderopfer auferlegt wurde. Das ist der Fall, wenn dem Betroffenen als Einzelnen oder als Glied eines begrenzten Personenkreises ein besonderes Opfer abverlangt wird, dass ihn im Vergleich zu anderen ungleich trifft und das anderen nicht zugemutet wird. Die Belastung muss also zum einen besonders schwer wiegen. Impfschäden in Form von Übelkeit und leichtes Fieber sind keine besonders schweren und unzumutbaren Belastungen. Eine Querschnittslähmung hingegen schon. Zum anderen muss die Belastung den Einzelnen gerade auch im Vergleich mit anderen besonders schwer treffen, ihn so also aus der Allgemeinheit besonders hervorheben. Ein Beispiel. Nach dem BGH war die schwere Körperverletzung eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg zwar eine besonders schwere Belastung, die mit der Wehrpflicht einherging. Diese Belastung konnte aber alle Soldaten in gleicher Weise treffen und stellte daher kein Sonderopfer dar. Hier wird deutlich, dass der Aufopferungsanspruch auch auf dem Prinzip der Lastengleichheit aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz beruht. Das Sonderopfer wird indiziert, wenn die hoheitliche Maßnahme rechtswidrig war, weil es grundsätzlich niemandem abverlangt werden kann, rechtswidrige Maßnahmen zu dulden. Von diesem Grundsatz gibt es aber Ausnahmen. Probleme ergeben sich hier insbesondere beim legislativen und beim normativen Unrecht. Das können wir hier leider nicht vertiefen. Aus historischen Gründen findet sich in vielen Darstellungen das Erfordernis, dass die Maßnahme gemeinwohlorientiert sein muss. Der Begriff des Gemeinwohls ergibt sich aus den § 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht. Der Begriff ist heute eng zu verstehen und schließt jedenfalls nur solche Fälle aus, in denen der Staat ausschließlich dazu tätig wird, private Interessen durchzusetzen, wie etwa bei der Zwangsvollstreckung. Aber selbst das ist umstritten. Gerichtet ist der allgemeine Aufopferungsanspruch auf Entschädigung in Geld. Zu leisten ist ein angemessener, billiger Ausgleich für das erbrachte Sonderopfer. Grundsätzlich kann kein voller Schadensersatz nach den § 249 folgenden BGB verlangt werden. Im Einzelfall ist aber auch mal entgangener Gewinn umfasst. Für sie wichtig, seit einer Rechtsprechungsänderung aus dem Jahr 2017 beinhaltet der Anspruch jedenfalls auch die Zahlung eines Schmerzensgeldes nach § 253 Absatz 2 BGB. Soweit der Anspruchsteller den Eintritt des Schadens dadurch hätte vermeiden können, dass er einen ihm zumutbaren Rechtsbehelf ergriffen hätte, hat er den Schadenseintritt mit verursacht. In diesem Umfang ist der Aufopferungsanspruch analog § 254 BGB zu kürzen oder sogar ganz auszuschließen. Die Anwendung von § 254 BGB hat gegenüber § 839 Absatz 3 BGB, den Sie vom Amtshaftungsanspruch schon kennen, den Vorteil, dass nicht immer eine Alles-oder-Nichts-Lösung gewählt werden muss. Da Eingriffe in nichtvermögenswerte Rechtsgüter in aller Regel faktisch erfolgen und gegen solche faktischen Eingriffe häufig kein Primärrechtsschutz gesucht werden kann, stellen sich hier meistens keine Probleme. Anders ist das, wenn dem faktischen Eingriff eine rechtliche Anordnung vorausgeht. Der allgemeine Aufopferungsanspruch richtet sich grundsätzlich gegen die begünstigte Körperschaft. Begünstigt ist sowohl derjenige Hoheitsträger, dessen Aufgabe wahrgenommen wurde, als auch derjenige, dem etwaige Vorteile der Maßnahme zugeflossen sind. Bleibt am Ende noch die Frage des Rechtswegs. Gemäß § 40 Absatz 2 Satz 1 VWGO sind die ordentlichen Gerichte für vermögensrechtliche Ansprüche aus Aufopferung für das Gemeinewohl zuständig. Das war jetzt schon relativ viel. Zur Belohnung schauen wir einmal gemeinsam auf das Aufbauschema für den allgemeinen Aufopferungsanspruch. In der Anspruchsgrundlage leiten Sie kurz den Anspruch aus dem allgemeinen Aufopferungsgedanken in den § 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht her. Bei den Anspruchsvoraussetzungen prüfen Sie, ob ein immaterielles Rechtsgut im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz betroffen ist, eine hoheitliche Maßnahme vorliegt und zwischen der hoheitlichen Maßnahme und der Rechtsgutbeeinträchtigung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Anschließend prüfen Sie die Auferlegung eines Sonderopfers und die Gemeinwohlmotivation der Maßnahme. Der allgemeine Aufopferungsanspruch ist auf Entschädigung in Geld gerichtet und kann wegen Mitverschuldens zu kürzen oder ausgeschlossen sein, wenn der Betroffene es versäumt hat, einen ihm zumutbaren Rechtsbehelf zu ergreifen. Zu richten ist der Anspruch gegen die begünstigte Körperschaft. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.